so und damit herzlich willkommen zurück zu let's play stronghold 2 hoffe ihr hattet ein schönes weihnachtsfest und ja wo sind unsere truppen gerade hier hin genau wir hatten ja gerettet jetzt müssen wir theoretisch noch das machen wir sind eure leute unsere truppen werden angegriffen sehr schön gut gemacht mein herr jetzt können ehrbare menschen wieder ihrer arbeit nachgehen in dem banditenlage befand sich eine beträchtliche menge gold ich habe es für unsere schatzkammer gesichert sehr gut verstanden einige wochen später nahm eine üble verschwörung ihren lauf das sieht olaf ähnlich einen raubzug zu beginnen während unser könig im sterben liegt mein junger bruder ihr könnt euch nicht mit der verantwortung für das ganze land belasten man kann immer nur eine schlacht ausfesten kämpft gegen olaf doch übergebt mir den befehl über die restliche armee hier bis zu eurer rückkehr wenn ihr fallen solltet würdet ihr sonst das ganze land in gefahr bringen ihr habt recht das kann ich nicht riskieren ich darf keine zeit verlieren ich muss mich olaf entgegenstellen viel glück mein tatwerter bruder sir william zog in die schlacht gegen olaf und ließ den falten seinen finsteren plan ausbrüten ich pascal de varro kommandant der königlichen garde befehle hiermit die auflösung derselben die männer sollen alle waffen in der waffenkammer abgeben damit sie verkauft werden können das ist wahnsinn mit der auflösung der hauptstreitmacht des königs war das land schutzlos majestät der feind steht vor den toren was wo ist william wo ist die königliche garde wir haben keine zeit wir müssen fliehen majestät und das war die geschichte vom untergang des königreichs ja das problem wenn man einer person zu viel macht gibt ok letzte mission tote des bullen es droht gefahr mein lord wir werden es bald mit einer großen armee zu tun bekommen in bewegung das ist aber nicht unsere bögen werden singen mega vorteilhaft so so und wollen wir mal mit die verteidigung berüsteten das vorratslager ist voll my lord du sagst das vorratslager ist voll kann man aber sich auch daran ändern so wir wollen hier oben ein paar wir sind schlimme setzten um einfach ein bisschen das umland zu sichern gewachst gehen in stellung gebt uns nur ein ziel euer zeichen seier bogenschützen bereit machen wir sind eure leute eure treuen bogenschützen unsere bögen werden singen wir sind bereit bogenschützen in bewegung die männer sind guter dinge dahin danke sehr rekruten benötigt sei es jetzt immer alle manchen unterwegs als letzte gar mission dann wollen wir mal hier oben ein paar seien setzen das passt da nicht hin doch das passt da nicht hin das passt da nicht hin malo holz vorräte sind knapp seier das ist schlecht ok rekruten benötigt sei keine veränderung in der schatzkammer meiler geht mit unserer bild hat uns verraten seine männer greifen uns einfach du dass ich hier bogenschützen oben gestellt hat wir sind eure leute und stellt euch auf die mauer eure treuen bogenschützen da kommt noch mehr unsere bögen werden singen waffen benötigt sei ach du sperre hoch es ist soweit sei der bolle hat im moment des angriffs gut gewählt wir müssen sie auf beiden seiten abwehren augen auf männer beiden seiten der feind zerstört unsere gebäude unsere truppen werden angegriffen wie lautet die mission rekruten benötigt sei brauchen mehr rekruten und zwar schnell wir sind bereit bogen schützen vorbereiten ja sei ja rauf auf die welle äh wo ist der feind bogen doch den stil wäten will ich selbst töten dann misst ihr ihn vor mir erreichen olaf wie ihr wünscht doch erwartet kein freundliches willkommen von meinen versergern Jetzt kloppen die sich auch noch darum, wer mich erledigen darf. Glückwunsch. Schnappen wir uns das Hündchen. Schnappen wir uns das Hündchen. Schnappen wir uns das Hündchen. ja der bulle das böse hat jeder schon bei jemand gesagt bestimmt ja haben wir nachgaben sehr viele nationen wunderbar steuersatz wir brauchen wir kämpfen können rekruten benötigt sire das passt da nicht hin mein lord bereit sire my lord waffenbrüder bereit was können wir denn hier aus bin leiter träger katapulte und baumeister baumeister werden vielleicht mal nicht schlecht die können nämlich unsere zerstörten mauern wir aufbauen das passt da nicht hin mein lord das passt da nicht hin mein lord das passt da nicht hin mein gebt uns nur ein ziel ziehen los euer zeichenseier bogenschützen bereit machen wir sind eure leute eure treuen bogenschützen unsere bögen werden singen gut unsere bögen sind ungeduldig rekruten benötigt sire so wollen wir jetzt mal das ausbilden wir sind bereit rekruten benötigt sire hier sieht man die baumeister bauen unsere burg wieder ordentlich auf wie können wir dienen ich bin mal gespannt wann der nächste angriff kommt hoffentlich mal nicht so schnell von wo greifen wir denn den bullen an von zwei seiten rekruten benötigt wäre zumindest ein d wogenschützen vorbereiten der herr ist mein meister absolut unsere sehnen sind gewachsen ihr stört meine gebete waffen benötigt sire das volk verehrt euch so viele veränderungen können richtig steuern nehmen und wir könnten auch theoretisch echt viele tolle dinge machen aber das brauchen wir ja gerade alles nicht wo so ein bisschen hopfen kann man vielleicht mal machen ja wie schön dann drei brauereien bitte schenke waffen benötigt sire da isa gebt uns nur ein ziel euer zeichen seier bogenschützen bereit machen wir sind eure leute eure treuen bogenschützen so dann wollen wir mal ein belagerungs ring unsere mögen werden singen wir sind bereit über wir können die durchlaufen obwohl es sieht gerade nicht danach aus das ist jetzt schade aber okay über berg und tal dann müssen wir wohl von hier oben angreifen kann man eine brücke bauen weiß da jemand die offensichtlich ist waffen benötigt sire so die armee sollte dann noch gleich ein treffen waffen benötigt sire waffen benötigt sire nein nein waffen benötigt sire so dann wollen wir mal vorbereiten das passt da nicht hin mein lord ein paar katapulte ausbilden baumeister zu diensten da wollen wir mal ein bisschen aufschießen wie da ist das das ist da ist so Gebt uns nur ein Ziel, lanzen vorwärts. Euer Zeichen, Sire, in Bewegung. Ja. Wie lautet der Plan? Ähm, da kann man hinschießen. Gebt mal noch ein bisschen vor. Dieser eine Bogenschützer stört mich jetzt nicht wirklich. Könntet ihr vielleicht das angreifen? Ob ihr vielleicht das angreifen könnt? Dankeschön. Waffen benötigt, Shire. Gebt uns etwas zu tun. Das hält echt ganz schön viel aus. Oh Mann. Ey! Haus doch nicht ab, Alter. Junge, Junge, Junge. Ich bin. Euer Gnaden? Wir sind einsatzbereit. Ziehen los! Miload? Wie können wir dienen? Hm. Schade. Okay. Das lief ja erstmal schon mal nicht schlecht, ne? Waffen benötigt, Shire. Bogenschützen? Bereit machen. Über Berg und Tal. Wir haben ja jetzt noch mehr Beliebkeit. Das heißt, wir können mal hier auf 12 gehen. Das Volk verehrt euch, Shire. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Um mir richtig Knie dazugekommen. Baumeister zu Diensten. Bewegen uns. Brechen auf. Ihr versucht das Ganze jetzt hier mal zu durchbrechen. Vollständig. So, hier ist es jetzt schon mal lockt. Das ist sehr wichtig. Traumeisterabteilung zieht los. Sehr schön. Waffen benötigt Shire. Neue Befehle. Wir sind eure Leute. So. Beim nächsten Mal werden wir dann das Ganze hier schön stürmen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, wir töten den Bullen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.